Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Kaffee mit mir. Heute beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Der Ball ist rund. Vielleicht erinnern sich manche noch an das bekannte Wort von Sepp Herbager. Ja, rund, liebe Freunde, ist auch die Welt, die Gott geschaffen hat. Aber das ist nicht das Einzige, was Fußball mit unserem Glauben zu tun hat. Da gibt es zum Beispiel auch die Fußballer, die sich vor ihrem Einsatz bekreuzigen. Oder die, die nach einem Tor das Kreuz küssen, das ihnen ihre Mutter einzeln im Hals gehängt hat. Ja, Christen spielen Fußball. Aber nicht alle Fußballer sind deswegen auch Christen. Nun, Tatsache ist, dass wenige Dinge unseren runden Erdball so sehr bewegen und überall auf der Welt präsent sind, wie eben jenes ledernde Abbild der Erde, der Fußball und auch in gewisser Weise der Glaube an Jesus Christus. Vor einiger Zeit hatten die Kirchen einmal eine Plakataktion. Sind Fußball unsere wahren Götter? War da groß zu lesen. Ich finde, das ist irgendwie falsch gefragt. Es bringt nichts, Fußball und den Glauben an Jesus Christus gegeneinander antreten zu lassen. Nach dem Motto, möge der Bessere gewinnen. Aber wie sieht Gott das? Dazu ein Witz. Völler, Groß und Ronaldo sind gestorben und kommen alle zusammen an der Himmelspforte an. Gott nimmt sie in Empfang und sagt, alle, die ein gutes Lebenswerk hinter sich haben, können in den Himmel. Gott, sag mir, Rudi, was du geleistet hast. Rudi, ich war immer ein gutes Vorbild für die Jugend. Gott, okay, geht in Ordnung. Gott, was ist mit dir, Toni? Toni, ich habe viele Mannschaften vor Blamagen bewahrt. Auch das war okay. Und nun war Ronaldo an der Reihe. Sag mir, mein lieber Sohn. Erstens bin ich, so fährt Ronaldo ihm in die Parade, nicht dein Sohn. Zweitens geht dich das gar nichts an, was ich da unten gemacht habe. Und drittens, runter von meinem Platz. Also, liebe Freunde, nicht die Frage, sind Fußballer Götter? Sondern ich will heute mal der Frage nachgehen, ist Jesus ein guter Fußballer? Dazu zunächst eine kleine arabische Geschichte. Ein Rabbi, ein jüdischer Lehrer, der auch einen guten Fußballtrainer abgegeben hätte, hat einmal gesagt, ich weiß genau, dass meine Schüler immer machen, was ich von ihnen verlange. Warum er sich da so sicher sein könnte, wurde er gefragt. Weil ich ihnen immer nur das aufgebe, wozu sie sich imstande fühlen. Und manchmal ein bisschen mehr. Damit sie auch über sich hinaus wachsen können. Das zeichnet, liebe Freunde, einen guten Trainer aus, dass er den Spieler da abholt, wo er ist, bei dem, was er kann, und dann darauf aufbaut. Und ja, genau das macht Jesus. Er sieht die Männer bei der Arbeit, die sie können. Er traut ihnen aber mehr zu als das, was er sieht. Ihr seid Fischer. Auf diesen Kenntnissen baut er auf. Macht sie neugierig. Auf eine neue Aufgabe. Etwas, das sie schon können, wird erweitert. Fischer werden zu Menschenfischern. Auf diese Weise kommen zwölf Mitspieler zusammen. Unter denen fordert Jesus unbedingten Teamgeist. Als sie sich streiten, wer der Beste von ihnen wäre, da sagt Jesus, Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein. Von allen und aller Diener. Er bringt ihnen den Fairness-Gedanken bei. Denn in der Bergpredigt sagt er, Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Jesus braucht vor allen Dingen keine Gewalt. Ganz oft trickst Jesus seine Gegner einfach aus, mit Fantasie und Kreativität. Und andere stellen ihm eine Falle. Und er verwandelt sie sozusagen in ein Eigentor für seine Feinde. Zum Beispiel bei der Heilung am Sabbat. Darf man am Sabbat arbeiten? Nein. Dann darf man auch dem Mann mit der verdorrten Hand nicht geholfen werden, sagen die Gegner. Jesus heilt ihn trotzdem. Der Mensch ist nicht für die Einhaltung der Feiertagsruhe da, sondern die Feiertagsruhe ist gemacht, damit der Mensch an Körper und Geist gesund wird. Die Jünger sind noch nicht so fit. Das kriegen sie auch gesagt. Zum Beispiel, als sie im Sturm vor Angst den Kopf verlieren. Da ruft Jesus hinzu, Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Vertraut mir. Obwohl Jesus derjenige ist, der die gute Botschaft am besten in den Umlauf bringen kann, beauftragt er seine Freunde in seinem Sinne weiterzumachen. Ja, sie sollen sich auch bewähren. Das heißt doch, Jesus kann abgeben. Er muss nicht zum Teufel komm raus, selber die Tore schießen und den Ruhm einfahren. Auf die Mannschaft kommt es an. Und das ist ganz wichtig. Denn die Gemeinschaft der Kinder Gottes, wir Christen, sollen nicht auf eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort begrenzt sein. Die ganze Welt soll die gute Botschaft von Gottes Liebe hören. Oder, wenn ihr so wollt, die Mannschaft soll die Saison überdauern und wenn es geht, aufsteigen. Und ist es nicht das, was an dem großen Player Jesus so faszinierend ist? Seine Klarheit und Stärke, seine Ausdauer und seine Gnade. Leben wir Christen nicht genau davon, dass Jesus so ist? Dazu zum Schluss, liebe Freunde, eine biblische Szene, die etwas anders erzählt wird. Als sich Jesus auf den Weg machte, stürmte einer auf ihn zu, wollte ein Autogramm und kniete nieder vor ihm. Und er fragte ihn, du Beste aller Spielführer, du göttlicher Flankengeber, du Sieger über alle pharisäischen Abseitsfallen, was soll ich tun, damit ich dir noch näher sein kann, damit ich mit dir schwimmen kann, damit ich die Unendlichkeit heute erlebe, damit ich auf ewig der König, deine Anhänger werde. Aber Jesus sprach zu ihm, was fällst du vor mir nieder? Was jubelst du mir zu? Nur einer ist gut, der Meister des Spiels, der Erfinder aller Taktik, der Trainer aller Spielerzüge. Ich bin nur ein Spieler wie alle anderen. Du kennst doch die Spielregeln. Keine todbringenden Hooligans schlachten, stehe treu zu deiner Mannschaft, auch wenn ihr verliert, achte die Fähigkeiten der anderen. Keine Angst, aber Respekt, bleib bei der Wahrheit, sei fair, ein Faul ist ein Faul, gestehe allen zu, was ihnen zusteht. Respektiere die anderen, ihre Jugend, ihre Erfahrung. Da sagte der Fan zu ihm, das mache ich, seit ich denken kann. Ich bin einer der größten Verehrer des großen Trainers. Ich habe alle seine Autogrammkarten, schwenke unablässig, seine Fahnen. Ich bin ein echter Anhänger. Ich schreie mir bei jedem Spiel die Kehle für ihn aus dem Hals. Da sah Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Und er sagte zu ihm, dann verzichte auf alle deine Fanartikel, nimm alles, was du hast und lass es hinter dir. Zieh dir mein Trikot an und meine Schuhe und komm mit mir nach unten auf den Platz. Spiele, was ich spiele, werde ein Spielführer, wie ich es bin. Vielen Dank. Wollen wir auf eine interessante Abwünsche Europameisterschaft hoffen. Bleibt behütet, alles Liebe, alles Gute euch und vielleicht bis bald, euer Pfarrer Uwe Löber. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.